Wer hat wohl das charmanteste Lächeln der Lausitz? Eine schwere Wahl für die Jury war doch jedes Lächeln schöner als das andere. In den vier Kategorien konnte es Heidn jeweils nur einen Gewinner geben. Janis Garibov ist einer von ihnen. In der Kategorie Einzelporträt belegte er den ersten Platz. Dabei hat er sich noch nicht mal persönlich angemeldet. Es hat ein Freund von mir für mich eingereicht. Er meinte, ich soll das so machen. Ich habe hier mitgemacht. Für solche Freunde kann man doch nur dankbar sein. Und das ist Janis Garibov. Von LTV bekam er nämlich zwei Gutscheine für eine Freifahrt mit Erlebnisballon-Brautsch. Wer ihn dabei begleiten wird, steht ja somit eigentlich schon fest. Ich glaube, das werde ich mit meinem Mitbewohner machen, der das eingeschickt hat und zu meinen nächsten Freunden gehört. Jörn Hübner ist Center-Manager der Spree-Galerie und Jury-Mitglied beim Lausitzer Lächeln. Er war von Anfang an überzeugt von Janis Bild. Eine Ausstrahlung, ein ganz toller Typ, der in die Lausitz passt sowieso und der gelächelt hat, wo wir auch alle gesagt haben, das spricht einen an. Eigentlich musste man mitlächeln. Die Resonanz beim Lausitzer Lächeln war wieder enorm. Exakt 1082 Lausitzer nahmen teil. Da war es sowieso schwer, die richtige Wahl zu treffen. Gewisse Kriterien mussten daher erfüllt werden. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie könnten wir denn ein Kriterium schaffen, dass wir sagen, das ganze Gesicht lächelt, die Augen lächelt, die Person passt in die Lausitz und haben dann gesagt, ja, das ist ein Gewinner, das ist ein zweiter oder ein dritter Platz. Abgesandt wurde vieles. Unter anderem eine Kiera-Rennbahn, Gutscheine von Sparkasse Spreeneiße und der Tanzschule Fritsche. Grund genug für alle Cottbusser im nächsten Jahr wieder mitzumachen und der Welt zu zeigen, wie schön die Lausitz lächeln kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017